Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die, mit dem Kabin, der die letzte Horde überstanden hat. Also die erste Horde. Die erste Horde von vielen. Haha. Ähm, was werden wir jetzt machen? Natürlich, äh, Questen. Ich brauche, ich brauche Stuff, brauche ich. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme doch meine Knifte. Ach, scheiß drauf, wenn ich sie verliere, dann verliere ich sie. Habe ich mir so gedacht, das ist eine gute Idee? Deswegen habe ich jetzt mein Inventar schon ein bisschen leerer gemacht. Bye, bye. War schön, ich, äh, ihr kann es so haben. Ne, warte mal, ich muss jetzt mal nochmal Holz... Achso, ich habe jetzt ein paar Kisten umgestellt. Achso, und nebenbei, es könnte vielleicht ein bisschen rumpsen-bumsen, aber draußen, das ist, äh, nennt sich hier wieder. Es ist an Abklingen. Und ich habe gedacht, bevor wir da die Klima lang anschmeißen tust, übrigens, das funktioniert mit der Aufnahme, man hört es nicht. Hey, passt. Im Spiel ist auch hier wieder. Also hört ihr heute Stereo hier wieder. Wie geil ist denn das? Äh, habe ich mir gedacht, ja, gut, dann mache ich das erstmal so und dann geht das schon. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Schauen wir mal, wa? So, ähm... Na gut, das... Ja, nee, das sind ja Eisen. Das ist sehr, sehr gut. Dann können die erstmal hier weg. So, dann mache ich hier noch... Achso, mehr Munition war nicht drin. Das ist nämlich der Grund, warum ich das auch machen wollte. Ähm, ich nehme die Hälfte raus. Wie ihr sagt, das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Ja, und hier die Hälfte rausnehmen, das ist immer was für einen hohlen Zahn. Aber naja, gut, was soll's. So, na denn, wa? Würde ich mal sagen, wird Zeit, äh... Die Kurve zu... Nee, warte mal, erstmal nach... Moment, 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 Kabi, nee, so schnell. Wenn du so los sprintest, sprintest du nochmal. Sprinten ist manchmal ganz gut, aber muss jetzt auch nicht sein. Hey, Steine. Achso, sind ja kein Steine. Da sind die Steine. Die nehme ich mit, falls ich hochklettern muss. Und, äh, die schmeiß ich erstmal... Äh, darin. Ich hab nämlich vielleicht ein oder zwei zu viel gemacht. Ich wollte die hier auch machen, aber dann hätte ich hier auch noch wegreisen müssen. Alle zu seiner Zeit, hab ich mir gedacht. So, Nahrung ist auch schon... ...hergestellt. Ja, ja, ja. Wie ist die Zeit da ja nicht von mir gewohnt? Alter, Vorbereitung, äh... ...on point, wa? Ja, ja. Wo ist mein Trink? Achso! Och, ich Idiot. Ich hatte mal Trinken gehabt. Aber ich hab's natürlich nicht zum Trinken genutzt. Ich hab mir damit Sachen hergestellt, die zum Schluss total sinnlos waren. Weil ich die noch ja nicht nutzen konnte. Aber ist ja nicht, äh, wegge... Da ist noch Trinken. Ähm, ist ja nicht verschwendet. Da. Ich hab mir Kleber hergestellt. Hier, dick, für ne gute Idee. Schönen guten Tag. Alter, hier regnet's hoch, Alter. Das ist doch abgekappert, das Spiel. Was auch ein abgekappert, das Spiel ist... Däumchen, Träumchen, ich fahr jetzt. Das wär sowas von abgekappert von euch. Ich würd mich so freuen darüber. Danke schon mal in Voraus. Ach, und, äh, falls ihr noch nicht abonniert habt, Kanal abonnieren. Kostet nischt, ist gratis. Gratis ist, wie ihr gesagt, immer geil. Und, äh, ja. Hey, cool, dass das funktioniert hat. Aber wir müssen jetzt auch nochmal, äh, denn unter Tage. Und wie ihr seht, ich hab hier auch schon, äh, hier. Ich hab ein Buch gekauft. Jetzt können wir das endlich umstehen. Sag mal, aber für... Nee, für Spiri geht das ja nicht. Also, das ist ja nicht schwer technischerweise. Genau. Es war nur für Werkzeuge. Aber Schippe ist auch ein Werkzeug. Oder liegt da falsch? Nee, machst du nicht? Ah, das geht ja gleich in den Zacken schneller hier. Da brech ich mir noch einen Zacken aus, die Krone. Äh, und? Na gut, bevor mir der Zacken rausbricht... Äh, der Zacken rausbricht, sollte ich erstmal was essen, ne? Alter, und was trinken. Na gut, es regnet ja. Müsste ich ja schneller an Wasser rankommen. Der Litte-Witter-Beng ist schon lange vorbei gewesen. Jetzt kommt der Blatt zurück, oder wat? So ein Litte. Ist ja schön und gut, dass er da ist. Wie gesagt, ich hab gedacht, dass er sich jetzt extra schön abkühlen wird, oder so. Naja. Schweigen wir drüber. Ja gut, das hat zwar immer kräftig regnet, aber... Es war bei mir so brütend heiß heute. Es war heiß. So. Äh, nächste Steuerung war ja Tag 10, ne? War hier der Wartete. Äh, ja. Tag 10. So, nachgeladen ist. Munition hab ich auch mit bei. Also immer außer Distanz schießen. Wort schießelt. Und ich kann ja auch erstmal hier das nehmen. Wie gesagt. So. Wo ist denn hier der Einjag? Aha. Mitten im Wald, hier im Haus. Aha. Hier, jetzt. Oh, schön. Sonne ist auch da. Ich mag die Sonne, wenn sie da ist. Die ist so schön sonnig. Aber ich mag da bloß im Spielen. Und es ist eh so heiß. Achso, ich darf ja ja nicht so weit weg, wa? Ihr wart ja gesagt, ich soll den Speer nutzen. Das tue ich. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Du im Chat-Bereich. Schieb ich auf dich. Jo, treffen muss man auch, wa? Das war jetzt so real. Donner, falls ihr das hören solltet. Oh, der ist ja nicht so, äh, sterbefreundlich. Ey, könntest du mal krepieren? Ich muss hier, äh, Zeit. Ich hab... Ich hab Sachen, die ich einhalten muss. Ob ich mich jetzt verraten hab? Hm. Weh, ist ich nicht. Wollen sie auch, oder wat? Ja, eigentlich muss ich da rin. Wissen sie? Weil, äh, man sagt ja nicht umsonst, Time is money und so, ne? Mann, dieser money. Guck mir mal in die Quere hier. Oh, der ist ja nicht tot. Das ist ne Mine, wa? Punkte wollen überwiesen. Ist das jetzt ne Mine, wa? Ja, ich werde das erstmal nicht ausprobieren, wa? Haha. Das wäre clever, wenn ich das nicht machen würde. Was für'n Scheiß. Ich seh Mais. Weck mich doch am Pupis. Ach, und ich hab auch, äh, Beet umgestellt, ne? Hab ich gedacht, das ist ne gute Idee. Oh, das Ding ist gut, weil das einen schönen Durchzug hat. Oh, warten sie mal. Seht ihr irgendwo in Fore? Ich nicht. Also ist keiner da. Hehe, ich bin, ich ist, denn ist jetzt so. Warte? Nö. Aber ne Mikroch hier, ne? Danke. Anke sagt danke. Na, 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 na. Na, na, na. Ich nehm mal die. Weil der Kabin in Angst und Panik gerät. Der Kabin auch gleich loslegen kann. Sobald wir da. Ja. Bin ich in Kabin, äh, äh, Kabin Panik Monos geraten. Hab das gesehen? Voll krass, wa? Oh, hoffentlich bleibt das so. Ein Leder. Bleiben sie draußen. Sie sind hier unabhängig. Wie gesagt. Das ist hier drin. Das ist mir zu hart. Das ist mir zu hart. Die Alte trägt den Bart. Keine Ahnung. Kaum hat eine Knifte verballert, die ganze Munition. Jawohl. Na, 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 na. Soviel dazu, äh, nach der Quest zu looten. Das funktioniert ja mal wieder. Naja, gut. 2-1 Risiko, wa? Hallo, ist hier ein Risiko? Ich bin reich. Der hat mich fast gekriegt. Auch nur fast. Ha, ha, ha. Du Loser. Der Taster davon. Wer stirbt, wandert in meine Tasche. Keine Panik. Alit ist. Er ist da. Ach so, du wirst es. Interessiert mich ja nicht. Du bist so uninteressant, bist du. So, hier, Sieg. Oh, ich hab schon gedacht, ich hab von einem Vogel gehört. Allein leichter Anfall vom Vogel. Grippe. Gut, hier ist nischt. Ähm. Wie gesagt, da, da geht's runter. Ziehen wir uns bestimmt runter, wa? Da ist das Eisenkabin. Ja, ich hab's gesehen. Ah, ich hab'n Zombie gesehen. Das geht vieles schneller. Und ohne Risiko. Also voraussetzt, man trifft. Gut, das muss ich mir merken. Treffen, äh, ist wichtig. War ein Witz, Mann. Aha, Humor. Dusch. Ähm. Ein Dokus. Mit dem Zombie. Gut, was hab ich mir gedacht? Also erstmal gar nichts. Ich hab gedacht, erstmal rin. Hab ich gedacht, das ist ne gute Idee. Aha. Ich mit meinen guten Ideen. Oh, ich muss vorsichtig sein. Denn der Kabin ist schon wieder überladen. Wer hätte jetzt hier gedacht? Mann, das ist sowas Neues von mir. Klamotten. Gehen Lappen. So, und dann würde ich mal sagen... Ach, ja, Le Wald. Bis es knallt. Ist doch ne gute Idee. Das ist doch... Das ist doch eindeutig ne Falle, oder? So, ich könnte hier aufmachen. Haha. Ich kann jetzt hier raus und ihr könnt nix dagegen tun. Verstopfen. Aber nicht für mich. Ja, Shooter King. Alter, zum Glück hat die... Naja, die bin ja auch Snick-Piki, ne? Das wissen die nur noch nicht. Achso. Mann. Ui, Jung. Jetzt weh, hab ich jetzt nicht gerechnet. Hätt ich aber machen müssen. Okay, jetzt. Ha! Ich hab gewonnen. Glaub ich. Ist hier noch jemand? Nö. Außer draußen. Sie haben die Quest bestanden. War ja mal einfach. Ich hab ihn wie zum Abschluss gekriegt. Perfekt Abschluss. Krieg jetzt auch noch Munition. Ja, Schrutze. Naja. Naja. Ich muss den nehmen, was ich kriege, ne? So, da ist noch ne Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Sollte ich nächstes mal vorsichtig sein. Das war't, wa? Ich würd sagen, das war't. Aber nicht für mich. Ja, hallo? Bitte nicht explodieren. Oh, ich... Keine Ahnung. Ich hab immer noch voll Panik, wenn ich hier irgendwo gegen Depper... Wo ich mir denke, bist du denn Depperd? Könnte explodieren. Aber das war halt immer nur bei den Ruf schießen, wa? What she said? Icke. Ich könnt mir da drin zwirbeln. Ich könnt mir generell mal was drin zwirbeln, wa? Ich zwirbel mal. Bin heute voll zwirbeln und da wies. Alter, das Schinken und Eindet ist... Wie immer... Gold wert. So. Jetzt belohnen könnte ich gerne eine Pistole. Als Ersatz, wisst ihr? Das wäre schon nice. Sie haben ihr Ziel also fast erreicht. Ich hab so ja unterwegs jetzt... Holzmäßig gefunden. Also stumpfmäßig. War aber leider nicht drin, was wir haben wollen. Oh, nicht technischerweise. Obwohl ich damit gerechnet hätte. Also schon schadenstechnischerweise. Weil, wie gesagt, wir sind voll überladen. Und dann wären wir auf Überladung siebsten. Und dann hätte bloß noch ein Wolf gefehlt. Zack, Bums. Weg, tot gewesen. Alles verloren. Tja. Hm. Nochmal Glück gehabt. Pass auf, jetzt komm ich raus. Und dann zack, Bums. Äh, Bums. Jo. Ach, und ich hab ja auch noch... Warten Sie mal, hab ich... Also rein theoretisch müsste ich das gemacht haben. Da, seht ihr. Händler hab ich auch drin gemacht. Wie gesagt, looten hab ich... Nicht looten, auch schon gemacht, ihr habt? Nee, ich hab bloß hier das gemacht. Ja, das hab ich auch noch nicht gemacht. Alle zu seiner Zeit, wie gesagt. Na ja. So, da sind wir wieder. Bücher. Genau mein Ding. Ey, ich hab Schuhe gekriegt. Was sind denn das für Schuhe? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Landwirt. Ja, gut. Wie gesagt, das gibt ja für alles, äh... Schuhe. So, ich hol mir gleich die nächste Quest. Aber erst muss ich nach Hause den ganzen Shit abladen. Mehr Cash in the Cash. Nein, da will ich doch ja nicht rin. Da will ich rin. 400 Meter. Ja, ja, ich weiß. Äh, Leute, ich mach mich mal schnell nach Hause. Sachen entleeren und dann geht's weiter in die nächste Quest. Also, bis gleich. So, ich bin soweit. Wir können weiter. Nee, bin ich noch nicht. Warten Sie mal kurz. Alter, was ist denn bei mir los? Bei mir fahren Sie hier... Karree. Gefühlt. So, jetzt... Ich hätte eigentlich damit gedacht, dass da ein bisschen mehr Wasser drin ist. Also, Wasser in... Menge mäßig. Also, nicht Salzwasser, sondern... Ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Äh, 200 Meter in diese Richtung. Äh, Sachen zu verkaufen, hab ich natürlich bei mir gelassen. Da, wo sie ihn gehören. Ich hab's vergessen, zu verkaufen. So. Und die knifft in der Hand. Achso, wenn ich abbauen will. Schwierig. Ja, immer Honig. Wissst du, was los ist? Identifikation wird kommen. So, wir sind da. Ja, ja, du mich auch. Muss erst mal hier ran. Ich hab ja noch 20 Sekunden Zeit. Wir gehen ja hier senken. Oh! Hier senkt Krier. Mann! R! Nicht T! Jeder wartet selber. Aber das liegt daran, dass die Tasten zu dicht nebeneinander liegen. Für meine Griffel. Ups. Der ist schon... Zeit, wir zu Hause unterwegs abgehauen sind. Unterwegs abgehauen sind. Ja, ich weiß. Zeit, den wartet da ab. Ein Springbrunn. So, ich muss jetzt da ran. Ich bin da. Ihr seid da. Wir sind jetzt alle da. Dürft leben bleiben. Erst mal. Vielleicht hätte ich den looten können, wa? Hätte der Fahrradkette. So, kann ich hier drinnen mal kurz rinschauen, ob da... Hört da, sehe ich schon mal nichts. Sneaky piggy. Mann, je kaputt. Oh, falls ich die eher sehen sollte, als die mich. Diese Möglichkeit besteht, ja. War selten, aber sie funktioniert. Ja, ja, komm raus. Reicht das schon? Oh, nee, reicht nicht. Lass mich durch. Zahl hier, keine Miete. Sag mal, schaffe ich das heute noch, das Richtige zu drücken? Richt er sich hoch. Ach so, siehst du, jetzt kann ich gleich mal den Punkt drinnen investieren. Äh, ich würde mal sagen, in... In Ernte. War ein Scherz. Oh, ich glaube, ich werde hier häutet. Oh, ja, klar. Also, keine Rücksicht mehr auf Verluste. In your face. Also, ich versuche. Uiuiuiui. Was für eine Frontäne. Äh, rrr. Alter. Ich glaube, ich muss wirklich... ...immer wieder raufgucken. Oh, das gefällt mir. Kisten sind immer nett. Da ist nämlich genug drinnen. So, und solange ich noch ein bisschen Munition habe, ist das ja alles ja kein Problem. Ja, gute Treffen. Vielleicht doch, aber sonst ist das ja kein Problem. Es sei, hier ist ein Hund. Aber sonst ja, kein Problem. Habe ich nachgeladen? Ja, habe ich. Äh, äh. Er ist so über uns, ne? Nee, so, warten Sie mal jetzt. Genau da und dann darin und dann sind da welche. Es ist immer so. Schön, dass ich die Umgebung... Nee, ich habe Schäcke, weißt du, aber erst mal richtig schön fett loote, will er. Also, alles, wie ihr habt. Oh, schön, dass ich die richtig gekriegt habe. Dieser Scheiß... Alter, jetzt habe ich schon zwei. Das ist genuted Omen. Omen! In Santeris Petris Omen. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass die Ina drauf ist. Aber es reicht ja schon, wenn der da unten rumstiefelt. So. Was eine Gefahr für mich sind, sind Föhe erst mal. Alter, und ich habe drei Stück. Ja, ich sehe den Fehler. Ähm. Gut, dann kann ich erst mal Aufmerksamkeit erregen. Na, komm. Ah ja, wenigstens Ena weg. Ja, ja, komm. Lieg dich mit mir an. Ich habe eine ganz kurze Hündschnur. Ja, ja, Mädel. Das ist wichtig zum Überleben. Das musst du doch einsehen. Also, rein theoretisch dürfte hier jetzt kein Vogel sein, oder? Na, gut. Das ist ja nur eine Theorie. Haha. Oh, gehen Sie mal da. Ey, warten Sie mal. Ich gehe erst mal da hoch, und dann kann ich besser zielen. Also, ich bilde mir das ein. Oh, das sind ja zwei. Du bist tot. Warte mal, ich gehe mal auf der Seite. Oh, Alter. Aber das ist nicht gleich komplett zusammengebrochen. Also, komplett zusammengebrochen. Braucht er seine Zeit. Aber warte mal, mach das mal so. Äh, Punkte wollen wir noch nie überwiesen. Der ist noch nie dead. Steh auf. Du Lump. Ey, Lumpi. Immer noch nie. Lumpi ist immer noch... ...ä, am Start. Lumpi! Mach doch sowas nicht! Lumpi ist immer noch nie tot. Lumpi! Was soll denn denn das? Das hat mir Munition alles gekostet. Aber alles gut. Ach, da. Automatisch. Eine volle Automatik. Sag mal, kann ich das da... Nee, ach, das passt ja bloß noch... Nee, passen Sphären. Die Automatik ist noch ein bisschen langsam, aber ansonsten ist er voll automatisch. Hm. Ich habe er gedrückt. Habt ihr das gesehen? Jut, ich hab ja auch hochgeguckt. Naja, gut. Dafür krieg ich ja noch ne Bücherkiste. Und? Ja. Das bedeutet nämlich... Das Ding wird jetzt Feuer und... Ach nee, wird das nicht. War ja bloß das Rezept dazu. Aber das ist auch gut. Haben oder nicht. Sein oder nicht sein. Das ist hier Käse. Nee. Anders. Okay, Moment. Ich muss mal husten. Husten und pusten. Bis mir die Luft wegblieb. Maismehl. Naja, gut. Haben, ha? Haben wir auf der Haben-Seite. Kann ich mir vielleicht ein bisschen an Nahrung ran schabbern. Und noch Nahrung. Naja, gut trinken. Na, ist ja auch gut. So, äh, springk uns in drei... In drei, zwei... Du blockierst mir meine Sprungkraft. Oh. Oh. Äh. Dann... Dann leg ich hier einfach runter. Das ist auch okay. Ich muss nichts mehr beweisen. Da ist eine Hund nöt. Also, ich mach nicht da lang. Hallo, sie. Sorry, tut mir leid. Keine Zeit. Ich muss Quest abgeben. Oh, lau. Jucka. Noch mehr beladen. Also, das Traum ist das. Ja, ja, ja. Warte mal ganz kurz. Das muss hoch mit. Das ist very, very wichtig. Oh, ich muss nochmal husten. Vielleicht hab ich auch zu schnell wieder rausgedrückt. Ich weiß es nicht. Okay, den Honig. Hier könnte aber Honig drin sein. Oh. Nö, ist es auch nicht. Ah, sind wir wieder ein bisschen schlauer. Na gut. Ich schauf hier uns schon mal da hinten hin. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da bin ich auch wieder. Ziel erreicht. Kicken wir die Kriege. Also, wir kommen unser Fahrrad um mal ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück näher. Das heißt, bald ist sowas hier Geschichte. Zück dein Portemonnaie. Time is money. Mensch, money. Ja, ja, ich weiß. Ja, find ich gut. Also, Maiskolben. Schwarzpiff, das ist doch klar. Wenn ich was brauche, ist das bitte. So, nächste Quest. Los, los. Jabba, jabba. Du seid ihr Zombies. Genau mein Ding. Also, Leute. Ist doch heute ja nicht so schlecht gelaufen. Ich würde mal sagen, wir machen hier Fortschritte. Und ich muss nach Hause. Ich muss wieder meinen Rucksack leer machen. Und Munition muss ich einsacken und produzieren. Naja, gut. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen. Abonniert den Kanal. Und macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü